Wann sind Marken verwechselbar? Ab wann greife ich in eine fremde Marke ein? Ich bin Rolf Klesen, Partner und Patentanwalt der Kanzlei Freischem & Partner und in diesem Video erkläre ich genau, ab wann Marken oder Zeichen in fremde Marken eingreifen und wann nicht. Wie stellt ein Gericht oder Amt eigentlich fest, ob Marken verwechselbar sind? Da gelten eigentlich immer genau die gleichen folgenden Kriterien, die ich auch unter diesem Video nochmal genau aufgeschrieben habe. Sind die Zeichen sehr ähnlich oder identisch? Sind die Waren und Dienstleistungen, die sich gegenüberstehen, identisch oder sehr ähnlich? Ist die ältere Marke vielleicht besonders berühmt oder bekannt? Hat die Marke eine besonders hohe Unterscheidungskraft oder eine niedrige Unterscheidungskraft? Wer sind die Verkehrskreise? Wer sind die Zielkunden? Das sind eigentlich genau die Kriterien und die erläutere ich in diesem Video. Bei der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen gibt es so eine gegenseitige Abhängigkeit. Sind die Zeichen ähnlicher, dann können die Waren und Dienstleistungen etwas unähnlicher sein. Sind die Waren und Dienstleistungen identisch oder sehr ähnlich, dann können die Zeichen etwas unähnlicher sein, um immer noch verwechselbar zu sein. Also das hält sich so in der Waage. Wenn die Zeichen identisch sind, dann können die Waren und Dienstleistungen etwas unähnlicher sein und umgekehrt. Wie wird nun die Zeichenähnlichkeit genau beurteilt? Da gibt es unendlich viel Rechtsprechung. Es gibt wahnsinnig viele Gerichtsurteile oder Urteile von Ämtern in Widerspruchsverfahren zu der Frage, ob Zeichen ähnlich sind oder nicht. Aber vielleicht hier mal die wichtigsten Grundprinzipien. Es gibt erst mal drei verschiedene Grundprinzipien, wie man die Ähnlichkeit beurteilt. Einmal die klangliche Ähnlichkeit, die schriftbildliche Ähnlichkeit und die assoziative Ähnlichkeit. Die klangliche Ähnlichkeit ist relativ einfach. Die beiden gegenüberstehenden Zeichen klingen ähnlich, also zum Beispiel Fonda mit V und Fonda mit F. Sind beides unterschiedliche Marken, klingen aber gleich, sind also klanglich identisch. Dann schriftbildliche Ähnlichkeit. Schriftbildliche Ähnlichkeit ist eben der visuelle Eindruck der Marken. Sie ist der ähnlich. Also zum Beispiel Iata und Lata. Das große I kann genau gleichgeschrieben sein mit dem kleinen L. Also die Marken können visuell genau identisch aussehen und klingen aber völlig unterschiedlich. Hier ist dann eben schriftbildliche Identität gegeben. Dann gibt es noch die assoziative Ähnlichkeit. Die assoziative Ähnlichkeit ist eben das Gedankliche in Verbindung bringen. Also zum Beispiel eine Wortmarke Key, also wie Schlüssel, ist verwechselbar vielleicht mit einem Bild von einem Schlüssel, also einer symbolhaften Abbildung eines Schlüssels. Wegen der Unzahl der Entscheidungen in diesem Bereich, hier mal nur die wichtigsten Prinzipien, um einzuschätzen, ob Worte ähnlich sind oder nicht. Wortanfänge werden mehr beachtet als die Wortmitte. Das Wortende wird mehr beachtet als die Wortmitte. Und der Wortanfang mehr beachtet als das Wortende. Das ist so eine Grundregel, von der natürlich auch abgewichen werden kann, je nachdem, ob der Wortanfang oder das Wortende vielleicht sehr beschreibende Silben haben oder eben sehr fantasievoll sind. Aber grundsätzlich ist der Wortanfang das Wichtigste an einem Wort. Dann gibt es die Vokalfolgen. Also zum Beispiel Marimba ist dann A-I-A. Mar-im-ba. Also das ist die Vokalfolge A-I-A. Wenn diese Vokalfolge in einer Verletzungsform genauso abgebildet wird und halt die Konsonanten zum Beispiel in der Mitte unterschiedlich sind, dann sind die Marken wieder ähnlicher, als wenn diese Vokalfolge nicht in der Verletzungsmarke abgebildet ist. Dann kann dieselbe Silbenanzahl oder ähnliche Silben für eine Ähnlichkeit sprechen. Also wenn ich eine sehr kurze Marke habe und eine sehr lange Marke, dann sind die wahrscheinlich nicht ähnlich. Aber das ist eben auch nur ein Anhaltspunkt. Wenn ich die gleiche Anzahl der Silben habe, dann sind die vielleicht ähnlicher, als wenn ich zwei gegenüberstehende Marken habe, die sehr unterschiedliche Silbenanzahlen haben. Und dann gibt es noch eine wichtige Sonderregel für kurze Marken. Marken mit nur drei Buchstaben haben ganz spezielle Rechtsprechung, also drei Buchstaben oder weniger. Da reicht in der Regel schon die Abweichung von einem einzigen Buchstaben und man fällt aus der Marke raus. Wenn ich also eine Marke ELF habe, 11, und dann macht jemand Ulf oder 11 mit V oder irgendwie anders, dann ist man wahrscheinlich schon aus der Marke raus. Ganz sicher kann ich das natürlich in diesem Video nicht rechtsverbindlich sagen, aber das ist so eine Grundregel. Wenn man sehr kurze Marken hat, also drei Buchstaben und weniger, dann reicht in der Regel schon die Abweichung in einem einzigen Buchstaben. Außerdem werden bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Worte oder Zeichen auch der Fantasiegehalt berücksichtigt. Sind also die Marken fantasievoller oder ist die ältere Marke fantasievoller, hat sie einen breiteren Schutzbereich als eine ältere Marke, die nicht so fantasievoll ist. Wenn ich also eine Marke Marimba für Tanzstudios habe, die ist fantasievoll, denn die beschreibt überhaupt nicht eben die Dienstleistung, die geschützt ist, dann hat sie einen weiteren Schutzbereich als irgendwie Dancing Studio als Wortbildmarke angemeldet mit irgendwelchen grafischen Ausgestaltungen. Die ist eben vielleicht eine sehr schwache Marke. Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen wird ebenfalls nach ganz bestimmten Kriterien beurteilt. Haben die Waren und Dienstleistungen die gleichen Vertriebswege? Haben die Waren und Dienstleistungen den gleichen Zweck? Haben die Waren und Dienstleistungen die gleichen Verkehrskreise, also die gleichen potenziellen Zielkunden? Ergänzen sich die Waren und Dienstleistungen? Haben die Waren und Dienstleistungen voraussichtlich eine ähnliche betriebliche Herkunft? Haben die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen eine ähnliche Beschaffenheit, ähnliche Qualitäten? Hat der Verkehr, das heißt die Zielgruppe von den Waren und Dienstleistungen, vielleicht ganz bestimmte ähnliche Eigenschaften, ähnliche Eigenarten? Haben diese gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen vielleicht eine ähnliche wirtschaftliche Bedeutung? Sie sehen, es gibt unendlich viele Kriterien, wie man die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilen kann. Und da man das alles gar nicht im Kopf haben kann, haben sich zwei findige Autoren eines Buches verdient gemacht und haben ganz viele verschiedene Entscheidungen zusammengefasst in einem Buch, das heißt Richter Stoppel, nach den beiden, das heißt eigentlich Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, aber nach den beiden Autoren, so unter den Fachleuten Richter Stoppel. Und in diesem Buch kann man genau eben nachsehen, weil sich unter zum Beispiel Spielwaren oder unter Hüpfseile oder so, was schon mal in der Vergangenheit mit Hüpfseilen als ähnlich angesehen wurde und was als unähnlich angesehen wurde. So sind zum Beispiel Bücher und Zeitschriften ähnlich, weil beides Printerzeugnisse sind und beides einen ähnlichen Zweck haben, sie sollen nämlich gelesen werden. Und andererseits hat der BGH mal entschieden, dass Kopierpapier und Zeitschriften oder Zeitungen nicht ähnlich sind, da eben ein unterschiedlicher Zweck da ist und das Kopierpapier eben nicht zum Lesen da ist, sondern zum Bedrucken. Und da hat der BGH eben entschieden, diese Waren und Dienstleistungen sind verschieden. Ist die ältere Marke bekannter, dann kann man von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft sprechen. Das heißt, die Marke hat dann einen etwas weiteren Schutzbereich, je nach Bekanntheit der Marke. Es gab mal einen Fall, da ging es um die Zigarrenmarke Davidoff. Da hatte ein Verletzer, ich glaube, Gürtel auf den Markt gebracht und die waren eben von dieser Marke nicht erfasst. Und das wurde dann trotzdem als zu ähnlich angesehen, weil eben diese ältere Marke Davidoff so bekannt war, dass sie eben praktisch auch auf andere Klassen ausgestrahlt hat, sagt man dann als Fachmann. Und dass dann eben auch relativ unähnliche Waren, also Zigarren und Gürtel sind relativ unähnlich, trotzdem als Markenverletzungen oder eben als verwechselbar angesehen worden sind. Umgekehrt kann die Kennzeichnungskraft einer älteren Marke auch abgeschwächt sein oder sehr schwach sein. Wenn die Marke eben für die Waren und Dienstleistungen vielleicht ziemlich beschreibend ist. Also zum Beispiel Apple nicht für Computer, sondern für Obst. Dann kommt es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr noch auf die Verkehrskreise an. Sind die Verkehrskreise besonders kritisch, also zum Beispiel bei Medikamenten, dann achten die Verkehrskreise ganz genau auf Unterschiede in den Namen der Medikamente, damit sie eben nicht das Falsche einnehmen oder die Ärzte eben, damit sie nicht das Falsche verschreiben. Da ist man sehr kritisch mit den Namen. Während bei anderen Marken, die eben, sagen wir mal, Süßigkeiten im Supermarkt, im Regal stehen, nebeneinander, da sind vielleicht die Verkehrskreise nicht so kritisch, sondern greifen einfach im Vorbeigehen ins Regal und nehmen dann die Marken nicht so bewusst und intensiv wahr. Insgesamt hängt es also von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab, ob bestimmte Marken verwechselbar sind, ob also ein jüngeres Zeichen eine jüngere Marke in eine ältere Marke eingreift. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video erklären, wie man beurteilt, ob ein jüngeres Zeichen eine jüngere Marke in eine ältere Marke eingreift, ob es eine Markenverletzung ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.